Preisbewusster Einkauf, das waren so die Kritik an Bautätigkeiten, an wirtschaftlichen Tätigkeiten, an Verführungen durch die Region, das waren so seine Lieblingsdienste. Man hat zwar alles und braucht nichts mehr, aber trotzdem Geschäfte leer, wenn sie aggressive Werbung machen, für wirklich ganz unnötige Sachen. Bleiben die zum Listenpreis drauf sitzen, lassen sie eine Preisaktion aufblitzen, ob gestern oben fast auf Nacht einen interessanten Schnopper gemacht, unten brat und oben zur, konisch, nicht mehr elektrisch, elektronisch, der neue Multigalli-Quad, eine Gnove-Press mit Automaten, selbstreinigend mit Ultraschalen, mit Wasserspülung jedenfalls, eine schnelle Kuchelhilfe erfunden, braucht es nur pro Zecherl 30 Sekunden. Das heißt, sie schafft in einer Stunde gut 120 Zecherln rund. Statt 4000, nur 28, da habe ich die Meziehe gemacht. Jetzt habe ich die Presse daheim vor Ort und noch 1200 Schilling gefahren. Ich freue mich über den Gewinn, da fragt meine Frau, ob ich deppert bin. Das ist wohl, das ist wohl nicht das Richtige wurde. Die hat keine Ahnung, wie man es spart.